Das Mauseloch, hier ist wieder ein Portal ins Nichts. Ja, da können wir vielleicht mit der Geistform durchs Feuer durch. Äh, na, ganz geschafft, bist du besser gegen Zauber, gewappne Kläste, aber Anfälle gegen körperlichen Schaden. Und auch selbst die Dinge, die normalerweise im Nichtsverbrauchung liegen. Okay. Aber in dem Raum ist ja nichts. Verborgen sehe ich ja eigentlich auch noch nichts. Okay, ich speichere mal ganz kurz. Haben wir ja schon ewig nicht mehr gemacht. Guck mal, der letzte Speicherstand ist doch vor der Kukari-Wüste. Ja, okay, äh, ab einem gewissen Grad stirbt man einfach. Letzten Spielstandladen, das ist ja unserer eigentlich. Also, man kommt generell da nicht durch. Ich glaube, das ist wieder so ein ewiges Hin und Her, bis man da mal hinter die Tür kommt, weil da waren ja Durchgänge. Hinter der massiven, geschlossenen Tür. Nur sind wir hier bisher noch keiner weiteren, äh, Fähigkeit auf den Grund gekommen. Wo landen wir denn, wenn wir hier durchgehen? Dann landen wir wieder hier. Gut. Na gut, dann gehen wir erst mal weiter. Offensichtlich ist es nicht gewollt, dass wir die anderen Plätze da noch besuchen können. Also, ziehen wir erst mal weiter, sodass wir die fünf Inseln ablaufen. Hm. Ich frage mich, ob wir da wirklich überall einen helfenden Geist finden. Wenn ja, dann war das ja, äh, gerade auf jeden Fall ein richtig böser Scherz. Massive Tür, da kommen wir nicht durch. Kommt mir bekannt vor, die Stelle. Ja, okay. Das ist definitiv nicht derselbe Platz. Hier sind lauter Mauselöcher. Ich mag das nicht, das ist hier verwirrend. So, das ist Nummer eins. Jetzt nochmal zwei. Hm. Hm. Also, ich mag das nicht, wenn es so verwirrend ist und überhaupt keine Struktur aufweist. Wir können niemandem trauen. Weiter, das Heinten erwachsen! So, lauter korrupte Magier hier. Komm! Und, geh weg! So, da war. Wir können ja wieder Magie widerstehen, da war ja was. Ich erinnere mich ganz leicht. Wir sollten aber schon mal einen kleinen, leichten Wundumschlag nutzen, weil wir haben ja sowieso 32 Heilungsmöglichkeiten. Ja, hier waren wir schon. Hier geht's noch weiter. So, dem Diener eine übergebraten. So, das hier sieht so viel mehr nach meiner Weglinie aus. Klare Strukturen, ohne dass man hier in verschiedene abgetrennte Bereiche kommt. Man weiß, wo man war, man weiß, wo der ist. Man muss sich hier nicht dem Zufallsprinzip beugen. Also, haben wir hier einen Haufen Diener. Oh. Hier kommen wir nicht weiter. Aber vielleicht können die Mäuselöcher uns ja helfen. Welchen Raum waren die? Hier war eins. Ne, in einem Raum weiter war eins. So, ich glaube, wir werden trotzdem erstmal ganz kurz in die Geistform wechseln. In der Hoffnung, dass wir vielleicht was sehen, was uns weiterhilft. Was man eine Geistform nicht mag, ist, dass man da, äh... Ja, so lahmarschig ist. So. Lyrium-Ader. Da war ein Mauseloch. Beispielsweise schon mal. So, da habe ich schon gesehen, da soll es irgendwo noch ein Buch geben. Okay, hier ist schon mal... Zeichen der Stärke. Interessant. So. Weiter geht's. Zurück hierhin. Massive Tür kriegen wir ja nicht auf. Okay, so. Jetzt sind wir hier. Hm. Hier gibt's keine andere Möglichkeit, außer diese Tür mit den Flammen davor. Schade. Hm. Na gut, da müssen wir uns trotzdem wieder, äh... Zum nächsten Punkt begeben. Ich hoffe bloß, wir haben jetzt ja die Dämonen, die hier überall herumstrolchen sollen, schon alle erledigt. Treppe, buch, Tür... Hier soll es noch ein Buch geben? Da ist noch eine Tür, eine Tür, Treppe, buch. Vielleicht kriegen wir so eine Türen ja hier in der Form auf, in der Geisterform. Hm. Okay, also hier kommen wir auch derzeit nicht weiter. Hm. Dann nehmen wir jetzt jetzt diese Insel hier vor. Aber ich vermute, das wird nicht ganz so leicht sein. In Trägheit wird bestimmt... Aber wir haben hier gar keinen getötet, gar keinen, äh, Monster, fieses Gesocks oder wie auch immer. Vielleicht ist das aber auch gar nicht nötig, weil die Orte sehen hier sowieso alle gleich aus. Vorsicht! Feinde! Brennende Templer. Normalerweise verbrennen wir doch jemanden. So, den brennenden Templer haben wir jetzt aufs Maul. Und, ja. Da kommen wir bestimmt in den nächsten Raum. Das ist so die Möglichkeit, hier durchzukommen. Ich bin sicher, bin ich mir natürlich nicht. Ich glaube fest daran eigentlich, dass es so ist. Hier geht's weiter. Noch mal brennende Templer. Ich hasse diesen Ort alles an. Weil das nicht auch teilweise wirklich so extrem... Naja, verwurend ist so ein bisschen. Sehr schön. So. Oh, das ist im Kampf nicht möglich. Der ist doch schon tot. Oh. Wieder eine massive Tür, aber hier geht's diesmal hoch. Inhalt wird mal wieder gespeichert. Das heißt, wir nähern uns dem richtigen Punkt. Aus dem Glück gibt's hier brennende Templer. Oh. Brennende Hunde. So. Komm. Ob das alle sind, die jemals im Schlaf... ...oder von den Dämonen getötet wurden? Im brennenden Templer gleich als erstes. Er kann einen nämlich K.O. hauen. also betäuben. Deshalb machen wir den gleich als erstes. Dann kümmern wir uns um die Brennende Hunde. Und wir haben einen Stuhlaufstück verdient. Ich werde es tun. So. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Erledigt. Erledigt. Okay. Hier ist wieder die Maus von Mythen. So. Gut. Als Maus kannst du durch winzige Öffnungen kriegst du bestimmte Gebiete ungemerkt durchqueren. Okay. Warum hat das da nicht geklappt? Wahrscheinlich, weil es wieder nicht vorgesehen war, dass man hier ungemerkt vorbei kann. Zack. Ich muss den Zorn kontrollieren. Okay. Templerträumer. Ach. Das ist der Dämon, der praktisch versucht, den Templerträumer vom Zorn zu überzeugen. Das ist der Dämon der Trägheit. Der Zorn verblasst. Ich bin frei. Nehmt Raghos Kraft. Setzt sie ein und verbrennt ihn. Verbrennt sie alle. Er beschützt den Dämon der Trägheit. Er versperrt den Weg. Ihr müsst die Tür zerstören. Andere Träumer. Andere Träumer. Andere Kräfte. Der einzige Weg. Okay. Wir haben uns jetzt praktisch das Feuer verdient. Schätze ich mal. Aber hier kommen wir nicht durch. Wir sollen irgendeine Tür zerstören. Ah, komm mal einer an. Hier werden wir wahrscheinlich nur als Feuerviech durchkommen. Als Feuergestalt bist du nun gegen Flammen kannst durch Feuer gehen. Gleichzeitig bist du aber anfällig gegen Kälte am Gürfel. Das kommt mir hier bekannt vor. Wir sollen aber genau in die andere Richtung. Und die hier. Okay. Geht das so vielleicht? Ne, so geht's gar nicht. Hm. Vielleicht kommt man hier irgendwie weg. Oder in die Richtung. Da scheint eine Tür zu sein, die für die Geistform zugänglich ist. Wir wächeln mal auf die Geistform. Essenz der Klugheit. Essenz der Konstitution. Okay. So, jetzt nehmen wir nochmal die hier. Das ist genau die falsche Richtung eigentlich. Eigentlich. Aber hier geht's auch irgendwo hin. Gehen wir mal hier lang. Also, ich weiß nicht so recht, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen, weil wir haben doch die Karte. Warte mal. So, und das Ding will, dass wir dorthin gehen. Treppe nach unten. Dazu müssen wir praktisch durch die massive Tür. Aber ich weiß nicht, wie wir da durchkommen sollen. Genau das ist ja das Problem, dass wir nicht durch diese Tür kommen. Hm. Die Tür geht nicht auf. Was sagt denn unsere Quest dazu? Unser aktuelle. Die Träumen verloren. Und kommen wir aus dem Nichts. Nein, sagt man. Wapp, 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 wapp. Also. Wapp, wapp, wapp. Demone Jevena, den Dämoner Träger, beschützt. Hm. Komm aus dem Atro voll dunkler Brut. Durchqueren Atro des Templars. Du hast dich in einer altruhmhaften Version der Atro des Zirkels wiedergefunden, die die schlimmsten Befürchtung eines Templars hinsichtlich der Magier zu bestätigen Scheinen. Und vielleicht dürfte es dir das nicht zu verlassen, wenn du diesen Atro durchquerst. Du bist sicher durch die Flammenbarriere gekommen. Jetzt kannst du diesen Atro weiter erkunden. Nachdem du den Templar besiegt hast, hat er dir die Fähigkeit verliehen, eine andere Gestaltung zu nehmen, in der die Selbstbremse in dem Gegenfeuer bis durch die Feuergegung zu können, sozusagen der Weg vorwärts, wird durch die eine massiv versteckte Türblockie, muss ein Weg finden, diese Scheinwand durch die Hindernis mit schierer Kraft zu zerstören oder mit einer Liste zum Gehen. Okay. Das hört sich leichter an, als es ist, möchte ich dazu nochmal sagen. Ähm, weil... Hä? Wo führt denn eigentlich das Mäuseloch hier hin? Eine Form kommt auf jeden Fall noch. Ach, das ist das Mäuseloch, womit wir hier angekommen sind. Ich erinnere mich. Was sagt denn die Geistgestalt dazu? Hm. Es muss irgendwas mit der Flammengestalt zu tun haben. Ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Hm. 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 Ich weiß es nicht. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich soll ja hier durch, aber... Vielleicht auf einer der anderen Inseln. Wo wir auch nicht weitergekommen sind. Ich probiere es mal hier. Hier haben wir ja auch nichts erreicht. Wenn wir in der Flammengestalt, müssten wir irgendwie jetzt irgendwo weiterkommen. Das ist irgendwie ein bisschen stark verwirrend. Das ist irgendwie ein bisschen stark verwirrend. Gut. Sind wir also wieder hier? Ne, das kann es auch nicht sein. Der Magiebrecher. Äh, Magierbrecher meine ich. Der Magierbrecher. Also hier müssten wir ja eigentlich jetzt weiterkommen irgendwo. Eins und zwei haben wir. Bleiben die anderen drei. Und dann hier das glaube ich nichts vereinigung. Aber ich ver appliciere dich nicht mal hier. Aber wir werden das für einen Geist auch besserher. Das hat 한다. Das ist mein Geist. Vielen Dank.